Frühstück mit Zitrone Plus. Super, super lecker. Guckt euch das an. Ich hatte so Bock. Heute einfach nur auf Rohkost wieder heute Morgen. Karotte, Gurke, Rucola mit Leinöl, Bart-Louise-Nalativen-Salz und einem Tropfen Zitrone Plus. Bombe. Reicht völlig aus. Oh, herrlich. Zitrone Plus. Ist super, super lecker. Ist ohne Chemie und steigert die Bio-Verfügbarkeit der Nahrung, die man isst. Ja, oder des Smoothies oder des Wassers, was man trinken kann. Nicht nur die Zitrone, sondern alle ätherische Öle. Genau. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt und wissen wollt, wie ihr da rankommt an die beste Qualität, gibt es nämlich nicht im Laden, dann meldet euch. Einen schönen Tag.